Yo Leute und damit willkommen zurück zu Skypiea, mit Flan, mit Centus, hallo, na du kommst, komm, hallo, Arschloch, Atto, Atto, hast du es gerade gesagt zu mir? Nö, ich habe das genau gehört, hat einfach so zu mir gesagt, der Sack ey, du hast gar nichts gehört, doch ich habe es sogar sehr gut gehört, so, was machst du heute eigentlich, ich weiß es nicht, das ist mir aber auch scheiße, Ich habe in der Zeit, die Super-Wetstorm-Pflanzen gemacht und zwar 10x10x10, voll Jackpot, jetzt kommen die Eierungen noch, die Eierungen noch, du musst es auch wieder übertreiben, ne, weißt du, da guckst du dahin, sind schon wieder 10x10 Pflanzen, weißt du, du übertreibst es einfach mal, Ja, das tust du so, oder stimmt? Ne, es sind dann gleich noch so viele, aber das ist Centus halt, weißt du, den gibt es im Mod-Pack, der rastet da einfach raus. Naja, seitdem ist ja scheißegal, der macht so, ja, okay, meins. Alter Kackvogel. So ist Centus, der übertreibt immer wieder gern. Dia-Pipes, irgendwann hatte ich doch Dia reingeschmissen, warte, die habe ich doch hier schon wieder reingeschmissen. Brauche ich so viele? Hat er genug, hat er genug, hat er genug? Weiß er nicht. Tod, Glitch, irgendwas. Natürlich nicht. Was machst du denn? Für ein Portal oder was? Immer noch zu wenig, für, immer noch zu wenig Mana. Haha. Zu wenig Mana. Das ist clear, das ist Glas. So, 24 Stück, weiß nicht, ob die reichen sollen eigentlich. Komm jetzt, los. Hopp, hopp. Hopp. Wandel um. Flackern nicht so viel Grün. So, es geht jetzt hier überall so weiter, hier gleich. Rot. Na. Muss ja mit Shift machen. Diamanten. Was ist denn die Kohle? Kohle. So. Die Restlinien-Kack-Teile hier. Es kommt doch jetzt hier alles fast vollautomatisch hier hinten jetzt gleich rein. Ja? Jetzt haben wir die ganzen Ärzte, dass sie mal hier oben alle sind. Aha. Ich muss wieder lange, weil er ab. Du bist behindert. Ich weiß. Aber danke fürs Kompliment. Danke. Ja, ja. Ach, ja. So. Ja, na, 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 na. Vielleicht der Behindie-Indie. Behindie-Indie. Vielleicht der über 3-B. Vielleicht der Behindie-Indie. Wir müssen über 3-B-Rei-B. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Redstone fast 500 Stück. Aha. 700 Kohle. 500. 500 Redstone, ja. Na. Na dann. Ja, geht ja auch gleich wieder weiter. So ist es ja nicht. Nein. Die brauche ich erstmal nicht. Erstmal nicht. Diapalp, so Diapalp, so brauche ich erstmal nicht. So, das ist ja nicht. So, Bücher, oh Bücher, oh Bücher. Das Bücherregal ist auch schon wieder voll. Ja. Na, er hätte doch so ein Buch aus dem, aus dem Twilight gehabt. Ja. Was ich da irgendwie bekommen habe. Okay. Was ich damit machen soll, keine Ahnung. Hm. Einfach haben. Ja, ja. Farben. Mich wundert, dass es keine, außer Kaktus, keine Farben gibt, oder keine Blumen gibt, die Kaktusgrün gibt. Na, ich muss doch halt Kaktien empflanzen, ne? Ja. Voll komisch. Ich habe ja auch oft 10, 10, 10. Ja, das war ja klar. Nein. Muss ich auch wenn übertreiben, ne? Ich? Nein. Klar. Nein. Sind hierfür Seeds drin, ne? Ich kann es übertreiben. Ne, sind nur Seeds drin, ne? Hier kommen die rein. Machen wir Seeds Gain. Das ist wieder einer der Starken, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es die normale Seeds lohnt, das zu übertreiben. Keine Ahnung. Den auf jeden Fall. Nein, nein, schon mit den Seeds zu übertreiben ist schon. Schon ekelhaft. Muss man schon so behindert sein wie Slash. Warum? Hose nicht. Ich mache doch gar nichts. Laber nicht. Ich mache doch nicht. Doch. Ne. Doch. Ne. Doch. Du bist der Übertreiber hier. Nein. Doch. Soll ich mal rüberkommen? Wieso? Ich übertreibe doch gar nicht. Nein. Und Sie werden übertreibt von uns. Übertreibe nicht. Was für eine fette Insel du gebaut hast da hinten. Hm? Gar nichts. Nein, nur nicht. Nein, das ist nichts. Das ist über Triborino. Betreib nicht. Doch. Fügt nicht. Nein. Doch. Das war alle. 1, 1, 1. Hm. Soja. Shit egal. Shit egal. Shit egal. Shit egal. Ich dachte du wolltest rüberkommen. Ne. Und zeigen, dass sie übertreiben. Geht gerade nicht. Ne? Ich muss gerade meine Blumen. Die Blumen eben reinsetzen hier. Und die neuen Iron Seeds setzen. Die muss ich ja noch per Hand setzen. Die kann ich ja mit Bowling mir nicht pushen. Oh. Leider noch nicht. Aber da habe ich keine Angst. Da kommt noch was. Meinst du, wie weißt du was wie? Was geht ab? Centus übertreibt. Centus übertreibt. Sicherlich. Achso. Sollte man genäht ausmachen. Okay. Ich kann mir Sachen merken. Weißt du? Ausnahmsweise ja. Übertreib. Hier weißt du ja Hauptsache ganz viele, die abheupten. Ich tue kurz rein. Warum lässt du die nicht einfach verbinden? Ach du willst einen Kreislauf haben deswegen? Mhm. Oh, nicht viel lieber drin, ne? Ja, wo du hast auch große Dringe. Ich baue mir, ist klar. Musst du ja immer übertreiben hier. Mich übertreib mich. Warte mal, die Sparks kommen mir echt bekannt vor aus Botania. Die kannst du, glaube ich, da auch herstellen. Die kannst du mit, ja, mit Foamcraft-Dinger kannst du ja auch schon mit so Foamcraft-Coins. Okay. Betreibung. Betreib nicht. Nicht. Sicher. Ja, wenn ich sie hier gucke. Ob das nicht übertrieben wäre hier. Ups. Oh, da fehlt Wasser. Sind das Vogelnäpfe? Kann man da austrinken? Jeep, 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 jeep. Jeep, jeep, jeep. Aber hier ist ein Eckchen nicht gemacht worden, hm? Was ist denn los hier? Mhm. Wo fullness Fusterfient gesetzt habe. Oh. Hast du gesehen. Das ist natürlich aha, ne? Will ich mal bauten. So, gucken, hier übertreibt es einfach. Übertreibt gar nichts. Klar, Sugarcane 10x10 übertreiben. übertreibt doch ich übertreib doch gar nicht kaktus 10 x 10 ist klar macht doch gar nichts klar ein wenig gut living good living good living good living good so soll er über diese dinge reinwerfen und danach weil jetzt so bei mir plus samen sagt dann also plus samen da kriegst du eine pflanze raus ja okay dann hast du jetzt eine blume so eine bumbum pflanze denn so eine bumbum pflanze das ist für sonne jetzt okay die machen dann mit sonnenenergie mann ab und die fressen die kohle tnt kannst du den auch zu fressen geben okay oder regen hier habe ich auch noch nitrogen die machen wasser ne die brauchen ja wasser aber die brauchen ja kein regen oder beides weil es okay du hast lange weile mit langweilen doch doch du hast eine lange weile hier und blühen wie im schirn ich habe schon öfters gesehen solche dinge okay ich sage nix ich allein die plattform von hinten aus sehe in alle plattform nebeneinander was ich noch zusätzlichen gebaut habe ich glaube die sind größer ich glaube alle plattformen die ich gebaut habe in der zeit für strom und so was ich glaube die sind größer als das brutale hat auch regen kann man nicht bett man kann doch nicht schlafen gut macht aber nix ich will eisen habe ich dann unten rumfliegen was ich nicht brauche die sind ja auf jeden fall alle ja das fällt es voll naja gut das lohnt sich nicht kann ich ja gut kann ich zur not verbrennen ne ich guck gerade hier was ich dass ich eisen zusammen bekomme das ist sechs weißt du noch 1 2 3 4 5 6 ganz nett 4 6 kriegen auch noch wieder und plopp na gut iron ore können wir erstens den pulverweiser reinstecken habe ich noch irgendwo einen oder mit sand sand hey nur noch 9000 sand ja ja ok 9600 sand danach kann ich wieder gravel umklatschen das und kitzelt Folgen 20.000 da noch 10.000 Sonne 90.000 das 90 fucking 1000 können wir damit machen so außer durch rütteln rüttel rüttel meine ahnung